Christian Pavon! Und er sitzt! Was für ein traumhaftes Tor! Was für ein Freistuss-Tor von Christian Pavon! Zweite Minute der Nachspielzeit, die 2 zu 9 durch diesen traumhaften Freistuss. Besser kann man den wirklich nicht platzieren. Juano Lave, der ist in der Ecke, nimmt die Hand hoch, aber er kommt einfach nicht ran, weil er unterkannte Latte einfach reingeht. Christian Pavon! – Vielen Dank.